Ich denke doch einfach mit, wenn ich so einen Job habe, oder? Ist das wirklich zu viel verlangt? Stream um 18.30 Uhr, es wird Baba-mäßig. Hi, ich bin's, der YouTuber, den ihr mit jedem anderen YouTuber austauschen könntet, weil ich den gleichen Content mache wie alle anderen. Solid. Let's go, der Hase. Hallo Freunde, ich bin's, Requis Headset. Wir wissen alle, was gleich passiert. Das macht mich sehr traurig. Wir sehen uns. Meine Freunde, wir schauen uns heute gemeinsam eine richtig geile Ladung an guten Bildern an. Und an der Stelle, ich brauche kein Headset. Irgendwann werde ich es begreifen, ich brauche, damit ich mir Bilder anschaue, kein Headset. Bilder haben keinen Ton. Revi, verstehe es endlich. Eigentlich hatte ich geplant, heute eine Runde, wenn ich du wäre, hochzuladen, die wir jetzt eigentlich heute hätten aufgenommen. Aber ich musste leider mit Erkanis im Tierarzt, weil ich kurzzeitig Angst hatte, dass Erkanis blind wird. Glücklicherweise war es nichts derart, sondern er hat irgendwie nur eine Pollenallergie und das waren wohl irgendwelche Tränenflüssigkeiten, die sich in seinem Auge gesammelt haben. Also nichts Weltbewegendes. Trotzdem an der Stelle danke an den Tierarzt für die 150 Euro Rechnung und die 2 Stunden Wartezeit. Sehr geil. Dementsprechend kommt heute wieder ein Format, was ihr schon 20.000 mal auf meinem Kanal gesehen habt und trotzdem euch die Sch*** immer wieder reinzieht. Wir schauen uns heute die Only One-Job-Bilder an. Leute, die eigentlich Jobs hatten, die dermaßen einfach gewesen sind, die so simpel gewesen sind, dass man es eigentlich gar nicht falsch machen kann. Diese Leute haben es trotzdem irgendwie geschafft und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt diese 22 Bilder an. Morgen gibt es dann an der Stelle eine wunderbare Runde. Wenn ich du wäre, freut euch auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Bild Nummer 1. Jetzt, ich bin in Minecraft deutlich besser geworden. Beginnen wir mit dem ersten Bild in der Liste, meine Freunde. Und zwar sehen wir hier 15 Straws. Thanks. Ja, an der Stelle natürlich eine ganz geile Nummer. Viele versuchen ja, auf Plastikstrohhelme zu verzichten und da nicht großartig unnötig viel Müll zu produzieren. Capri Sonne nimmt es an der Stelle einfach mal gelassen und sagt, hier sind 15 Strohhelme, falls du die anderen 14 nicht triffst. Finde ich eine coole Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die ganzen Schildkröten mit den Strohhelmen in der Nase freuen sich auf jeden Fall darüber, dass du an der Stelle hier, dem nicht am Mitarbeiter, 15 Strohhelme an eine Capri Sonne gemacht hast. Mama. Beförderungswürdig. Somebody really hates kids. Ja, das könnte ich gewesen sein. Die Rutsche geht hier direkt in den Kanal rein. Entweder hat jemand die Rutsche, also den Kanal aufgemacht oder es war tatsächlich irgendein Arbeiter, der die Rutsche fälschterweise dahin gebaut hat oder gesagt hat, ich muss hier eine Kanal rein und mach den Kanal einfach offen gelassen. Ich meine, man kann ja auch drumherum rutschen, aber es führt eigentlich unwirkerlich dazu, dass gerade ein Kleinkind da mal reinrutscht oder reinfällt. Warum sind auf dem Spielplatz Kanalöffnungen an der Stelle? Kann man den nicht einfach woanders hin machen? Irgendwo da hinten, wo die Autos sind oder so? Muss das direkt vor der Rutsche sein? Nein? Gut, alles klar. Tolle Stadtplanung. Beförderungswürdig. Baba. The Library is now selling free coffee for one dollar. Ah, der Gratis-Kaffee für ein Dollar. Ah, der schmeckt am besten. Free coffee, ja, weiß ich nicht. Also, selling free coffee, also selling free, das ist so ein Ding. Also, in der Bücherei sollte man eigentlich der Meinung sein, dass man ein bisschen, sag ich mal, nicht gebildet ist, aber zumindest im Kontext, Wörter, soweit es versteht. Free und selling, das beißt sich so ein bisschen. Also, Verkauf nun gratis, das ist jetzt nicht so unbedingt. Ja, gut, aber ich meine, den Gratis-Kaffee für einen Dollar, den sollte man sich einfach an der Stelle einfach mal gönnen. Coole Idee, wirklich. London, Tokio, New York, Barcelona. Alles klar, love. Oh mein Gott, das ist New York, ist my favorite menu. New York, ja, wir haben hier das V von New York und da ist noch mal ein anderes V dran, weil es ist ein W, also ein W. Kann man so machen, ist eine echt dumme Idee. Es gäbe sicherlich andere Städte, die man hätte nehmen können, Venice zum Beispiel oder sowas. Also, ja, ich finde auch dieses generelle Tastendesign ist dermaßen schrecklich. Tut mir leid, da auf jeden Fall den Designer doppelt und dreifach entlassen. Ihm die Photoshop-Lizenz wegnehmen und gucken, dass der Typ nie wieder irgendwas designt, weil das ist einfach nur eine große Unverschämtheit. Baba. Ich finde es auch wieder, wie gesagt, krass, dass sowas einfach in die Produktion geht, vom Chef abgesignet wird, in die Produktion geht und dann sogar im Handel landet und sogar von Handelsleuten gekauft wird, die das dann an den Endkunden weiterverkaufen. Da muss doch irgendeiner in dieser ganzen Kette sein, der sagt, Moment mal, das ist falsch. Aber scheinbar ist das hier an der Stelle nicht passiert. Latest Temperature. Oh, in jeder Town sind es gerade 99 Degrees Fahrenheit. Nice. Also Town Name, Town Name, Town Name. Dankeschön an der Stelle an diesen Wetterreport. Wie oft habe ich jetzt schon an der Stelle gesagt? Kann ich vielleicht damit aufhören? Vielleicht sollte ich mir einfach mal einen neuen Wortschatz irgendwie zurechtlegen. Genau. Town Name auf jeden Fall eine Sache, die ich so unterstützen kann. Das sind echt eine Menge Städte, die den gleichen Namen haben und glücklicherweise auch hier mit dem gleichen Wetter gesegnet sind. Ich glaube, dieser ganze Wettervortrag hier von dieser netten Dame, von der Meteorologe höchstwahrscheinlich, wird nicht unglaublich sinnig sein. Ich glaube, da geht keiner mit einem Mehrwert raus und man hätte es einfach sein lassen können. Auch nochmal da, riesen Shoutout an den Grafiker. Ganz toll gemacht. Baba. Do not enter. Caution. Automatic door. Enter. Okay. Also, how do you manage to mess that up? Ich weiß es nicht. Hier nicht rein. Reinkommen. Diese zwei Schilder stehen ja, sie sind ja nebeneinander. Und jemand, der so ein Schild anbringt, also, der wird ja verstehen, dass da schon das ein oder andere Schild hängt. Und man schaut ja und sieht das dann und denkt so, hm, warte mal, soll ich jetzt hier wirklich ein, hier ist der Eingangsschild hinhängen, wenn da steht, hier ist kein Eingang? Ja, weil ich denke nämlich nicht nach und wenn mir das jemand glaubt, dann bricht das doch. Ja, perfekt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute hier schon gegen die Tür gelaufen sind. Floats on Water. Dick Smith. Ja, alles klar. Ja, Dick Smith hat an der Stelle reingeschissen, weil dieses Ding schlotet nicht. Nein, das liegt am Boden und es, äh, es, 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 es schwimmt nicht. Nein, es, es schwimmt nicht. Und dieses Phone ist auch echt ne Sch***idee und der Laden Dick Smith ist auch nicht der beste Name. Ich meine, Schwanzschmiede, ja, gut, wird nicht übersetzt, jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Pick an der Stelle. Wieso habe ich schon wieder an der Stelle gesagt? Ich muss damit aufhören. Ja, Dick Smith und das schwimmende Handy. Fühle ich nicht, fühle ich nicht, weil es nicht funktioniert. Und 125 Dollar ist mir da auch einfach zu teuer. Ini, mini, 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 mini. Was? Was? Ini, mini, 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 mini? Ine, mene, miste. Ini, mini, mini? Ist das nicht ini, mini, mini? Ich weiß es nicht. Aber ini, mini, mini ist auf jeden Fall nicht richtig. Also, das ist nicht, nicht, das, also. Wer holt die solche Tassen? Wer holt die solche Tassen, auf denen sowas draufsteht? Warum gibt es eigentlich einen Markt für Tassen? Also, ich meine, es gibt YouTuber, die verkaufen ihr Gesicht auf einer Tasse und verdienen damit Geld. Und ich denke mir so, Stonks. Alter, eine Tasse soll für mich eine Sache, ein Getränk transportieren. Da muss nichts drauf sein. Die kann einfach nur weiß oder eine bestimmte Farbe haben und gut ist. Warum gibt es einen Markt für Tassen? Es gibt sogar Fototassen. Da drucken Leute Fotos von sich selber drauf. Aber spinnt die alle? Diese Security-Kamera wird auf jeden Fall einen Großteil der vorherrschenden Verbrechen hier im Bahnhof sicherlich aufgeklärt haben. Ist eine ganz, ganz tolle Kamera, hat auch schon mehrere Verdienstorten bekommen. Wenn ich doch der Kerl bin, ja, der entweder die Kamera oder das Schild anbringt, ja, also spätestens beim Anbringen, merke ich doch, Moment mal, das kollidiert hier. Das funktioniert so nicht. Ich denke doch einfach mit, wenn ich so einen Job habe, oder? Ist das denn zu viel erwartet, wenn ich für einen Job bezahlt werde? Dass ich vielleicht ein Stück weit über meinen Kompetenzbereich hinaus überlege, macht das gerade Sinn, was ich hier tue? Ist das wirklich zu viel verlangt? Diese Scheiße macht keinen Sinn. Und ich habe dieses Bild schon 20 Mal gesehen, Tobi. Und du hörst auf, wenn das jetzt immer wieder zu schicken. Denk doch mal mit, Junge. The Sliding Door Company doesn't use sliding doors. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. The Sliding Door Company, die hier auf jeden Fall Schiebetüren anbietet und tatsächlich keinerlei Schiebetüren im Repertoire hat an ihrer eigenen Eingangsforte. Grüße geht raus da an der Stelle. Schon wieder an der Stelle gesagt, hör auf damit. Hier hat jemand Draßenstreifen gezogen, ja? Farbarmarkierungen. Ganz tolle Nummer, wirklich super, super wichtig für Verkehrssicherheit und so weiter und so fort. Jetzt ist es nun mal so, dass Herbst gewesen ist. Ja gut, im Herbst liegt halt Laub auf der Straße. Ist ja nicht schlimm. Man kann ja mit einem Laub gebläsen oder mit einem Besen vielleicht kurz das beiseite machen, weil ich mache ja hier gerade Farbarmarkierungen. Und logischerweise fliegt das Laub irgendwann weg. Und dann habe ich da so Stellen wie jetzt hier. Aber nein, ich fahre einfach darüber und denke mir nicht weiter und denke mir so, ich weiß, warum ich Feierabend habe. Alles super. Leute, wenn ihr so einen Job habt, bitte ein bisschen Anspruch an euch selber. Stellt euch mal vor, jeder Mensch, der einen Job hat, macht diesen Job zu seiner eigenen Zufriedenheit mit 80% oder stellt einen gewissen Selbstanspruch an sich. Boah, wie geil wäre das bitte? Ich höre einfach auf zu spinnen, das wird niemals, es wird niemals passieren. Diese Rutsche ist einfach tödlich und ich weiß nicht, was das soll. Das gehört ja nicht dahin. Es ist ja nicht so, dass ich aus Versehen einen ganzen Spielplatz aus Versehen auf einem Hausdach montiere. Und dann sage, so, ich bin fertig, Chef. Hier steht, montieren die den Spielplatz, ich hab den montiert. Da sterben Kinder, es geht um Menschenleben. Was stimmt mit euch nicht? Maximum of five, drei Customer at a time. Ja, gut, das ist tatsächlich auch wieder eine saugeile Nummer. Äh, maximal fünf in Klammern, drei Kunden gleichzeitig. Wenn vorne ein Schild ist, maximal drei Kunden im Laden und ich sehe zehn Leute drin, die sich beschweren, warum sie nicht rein dürfen. Es ist doch nicht so schwer. Denkt doch alle mal mit, ihr habt doch alle einen gehört. Definitiv nein. Ah, ja, okay, mhm, ja. Hier hat jemand einen Bürgersteig gemacht und vergessen, den Pylonen wegzunehmen. Ist nicht weiterhin schlimm, weil man kann den ja auch einfach mit einbetonieren. Tut mir leid, das muss bewusst passiert sein. Da muss jemand gesagt haben, so, ich bin der ganz lustige Hase hier in New York City oder irgendeiner amerikanischen Großstadt, die alle gleich aussehen. Mh, ich mach jetzt mal hier einen lustigen und betonier jetzt diesen Pylonen ein. Mal gucken, was Chef sagt. Vielleicht kriege ich dafür ein paar Upvotes auf Reddit. Aha. Das passiert ja nicht aus Versehen sowas, oder? Sag mir bitte, dass das nicht aus Versehen passiert. Okay, hier haben wir einen Monster Truck. Und wenn der mal einen Platten hat, hat der hinten einen Reifen, der viel zu klein ist. Ja, ich nehme an, ich nehme einfach an, dass es Deko ist. Trotzdem ist das komplett hirnrissig. Ich, ach, ich stelle gar keine Fragen mehr. Wir machen weiter. Warum, warum kommt da Wasser aus der Steckdose? Das ist ja nicht richtig. Und ruft man an der Stelle den Klempner? Oder vielleicht doch den Elektriker? Und warum sage ich die ganze Zeit an der Stelle und regle mich über andere Leute auf und bin eigentlich genauso beschränkt wie die? An der Stelle. An der Stelle. An der Stelle. Ich weiß nicht mal, was diese Kiste mir sagen soll. Es ist... Ach, f*** euch. Ah, hier die Rollstuhlrampe. Gut, dass man da jetzt drei, vier Zentimeter runterfällt. Oder vielleicht 70. Ist ja nicht weiterhin schlimm. Das werden die Leute sicherlich hinbekommen. Es wäre zu leicht gewesen, wenn man hier einfach eine Rampe hingemacht hätte. Und hier eventuell einfach das ein bisschen... Ne, das ist schon gut so. Das ist super. Danke, dass die das ganze Ding hier barrierefrei designt haben. Echt toll. Danke. This side up. This side up. So rum bitte stapeln. So rum bitte stapeln. So rum bitte. Und es ist genau andersrum gemacht. Es steht auf den Kartons drauf. Es steht auf den Kartons drauf. Ja gut, jetzt hatte ich letzte Woche auch einen Umzug und da stand Küche drauf und der Typ hat die Sachen in den Schlafzimmer gebracht. Schlafe ich in meiner Küche? Nein! Aber tut mir leid. Das ist wirklich... Also das ist Next Level dumm. Das ist Next Level dumm. Ich bin... Ne, sorry, nein. Ich weiß, da kommen noch Bilder. Ich bin hier über zehn Minuten. Ich bin wirklich raus. Ich... Also, ne. Es tut mir leid. Ich kann das nicht. Mein Blutdruck ist wieder... Sky high. Wenn ihr Bock habt, ihr streamt heute Abend wieder irgendwie 18.30 Uhr. Kommt da unbedingt vorbei. Zwischendurch vielleicht ein bisschen Valorant. Irgendwas GTA. Ach, legt mir alle am Arsch. Ich bin raus. Macht's gut. Hau da rein. Tschüss. Wack. 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 B Wack. Wack. Bis zum nächsten Mal.